Ja, moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Obscuritas. Äh, ja. Äh, wir haben jetzt hier gerade Sonntag und... Ich hab das letzte Mal abgebrochen, also jetzt, warte, drei Tage her. Ähm, ich hab schon wieder keine Ahnung. Wir sind jetzt bei den Ehrewegen angelangt. Ich glaube, da hatte ich gar nicht weitergespielt. Äh, ja. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, irgendwie, als ob ich gerade ein... Weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht, Schnitt habe. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, was jetzt gerade war, was schon gewesen ist. Ich weiß das jetzt gerade nicht. Lass mich jetzt mal ein bisschen überraschen. Ihr wisst es bestimmt. Jedenfalls ist es gerade mega dunkel. Äh, wo soll ich denn jetzt? Ach ja, stimmt. Geil, jetzt weiß ich. Oh, scheiße. Oh, ich hab ja noch eine Batterie. Wieso ist denn das so dunkel? Äh, okay. Äh, okay. Uh, gewitter. Gewitter. Äh, äh, äh. Ach du Scheiße. Hier sind überall Riesenspinnen. Äh, geh ich mir hier längs? Ach du Scheiße, ey. Das ist wie so ein... Ja, ein Labyrinth. Oh, fuck, ey. Muss ich da längs? Hier längs? Wo muss ich hier längs? Hm, hier ist nix. Oh, ich dachte, da steht was. Das Spinnengewebe. Hier ist nix weiter, okay. Ach du Köcke. Äh, ich geh hier einfach mal durch, ne? Wenn ihr das dagegen habt. Ich geh nicht in die Nähe von Spinnen, wenn's nicht unbedingt sein muss. Äh, hier ist nix weiter. Ist hier wieder eine Batterie oder sowas? Äh, scheiße. Und im Dunkeln seh ich grad gar nix. Ich nehm hier grad im... Hellen auf. Was war das für ein Geräusch? Oh, Batterien. Batterien, meine. So, ich glaub, wir sind hier richtig. Hoffe ich, mal. Hm, hier ist ganz viel Spinnengewebe. Ich hab kein... Ach du Scheiße, hier ist ja immer richtig viel. Äh, hier ist aber nix. Das ist aber scheiße. Ich hatte hier grad... Was ist denn hier? Irgendwie so einen ganz komischen Ton. Hier ist Wasser. Okay. Ich glaub sogar, wir laufen hier grad irgendwie richtig. Hoffe ich mal. Äh, ja. Soviel zum Thema. Wir laufen mal richtig, ne? Hm. Na gut, laufen wir wieder zurück. Wir sind hier... Hä? Hä? Das ist ne Falle? Äh, okay. Hä? Wir kamen hier doch grad durch. Hä? Help me. Ich bin hier in eine Falle get... Scheiße. Wir sind da irgendwie in eine Falle getappt. Das ist noch nicht schön. Ja gut, machen wir das gleich nochmal. Die Irrwege. Okay. So, mein Mikrofon müssen höher stellen hier. Ich sitze hier ja wie so ein Erndertaler. Hm. Das finde ich natürlich auch nicht so schön. So ein Labyrinth. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hier hinrennen muss. Äh, wo weiß ich hier der Eingang? Äh, da war der Eingang. Ach so. Scheiße. Ne, hier sind wir falsch gelaufen. Hä? Da. Da geht's rein. Alles klar. Guck mal, hier war ne Spinne. Kann ich hier längs? Ohne, dass sie mich hier vielleicht angreift? Äh. Ekelhaft, ey. Das finde ich richtig widerlich. Oh, das kratzt hier schon auf den Kopf, ey. Ekelhaft. Oh. Oh. Oh, nehme ich auch mal, ne? Immer her damit. So. Hier ist aber nichts weiter. Spinne ist noch da. Das ist gut. Oh, gut. Okay. Ähm. Hier war nichts weiter. Oder? War ich noch irgendwas? Nö. Okay. Äh. Moin mal. Äh. Ich will da nicht längs. Ah, die bewegt sich. Äh. Ist das ekelhaft. Äh. Waren wir jetzt hier schon? So. Das wird wieder dauern. Bis wir hier durch sind. Hier ist nichts weiter. Okay. Da ist auch nichts weiter. Wie sieht das da aus? Hier ist ganz viel Spinnengewebe. Okay. Äh. Hier war ja nichts. Genau. Hier war nichts. Oh, je, oh, je, oh, je. Okay. Gut. So. Warte mal. Ich laufe hier nochmal einfach weiter. Da ist nochmal Batterien. Okay. So. Also ich glaube wir sind hier schon mal ganz richtig. Äh. Hier ist aber nichts weiter. Äh. Hier ist auch nichts weiter. Ja. Äh. Ne, 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 ne. Da gehe ich jetzt mal nicht. Ach, scheiße. Da war das. Da war doch jetzt gerade die. Da war das mit der Falle, ne? Ich gehe jetzt mal bei der Spinne längs. Äh. Wo war das? Ne. Hä? Wo war denn das? Hier? Ne, scheiße. Jetzt gehen wir hier ja schon wieder rein. Äh. Das war doch hier, oder nicht? Oder war das hier nicht? Ne, und jetzt gehen wir wieder zurück. Und kommen wir da nicht mehr raus, ne? War das nicht so? Ja, genau. Jetzt ist nämlich hier die. Rotze, ey. Scheiße. Ach, fuck, ey. Ach, kacke. Kann ich mich nicht irgendwie bücken? Das ist doof. Ja, tschüss. Alles klar. Okay. Ja gut, ich muss mich da erstmal zurechtfinden. Spielladen. Okay. Ehrewege. Okay. Hm. Der ist ja auch nicht schön. So. Oh, dann laufen wir nochmal. Da. Guck, ich hätte eben nur gerade auslaufen müssen. Was habe ich denn da eben für scheiße gemacht? So. Erstmal da bei der Spinne längs, würde ich sagen. Weil hier die Batterien waren. Genau. So. Das habe ich ja noch im Kopf. Dann gehen wir hier längs. Oh, hier bei der Spinne längs. Da war nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Der mischt ja wohl. Hä? Hier ist auch nichts. Ach, den können wir hier gar nicht längs. Okay. Die haben selber da irgendwo falsch gelaufen. Aber wo ist ja jetzt gerade die Frage. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier. Ne, da kamen wir zu. Hier müssen wir durch, glaube ich. Äh. Ja. Wo war denn das? Was ist hier? Ist nichts weiter. Okay. Hier ist Spinnengewebe. Ganz viel sogar. Äh. Hier hast du auch nochmal Spinnengewebe. Und hier ist ja gar nichts weiter. Genau. Hm. Ich habe gerade, irgendwie habe ich hier gerade so ein bisschen gängige Haut. Ja. Und hier war das mit der Falle. Hä? Sag mal, ich gebe gerade mal den Batteriengeist auf. Ah. Guck mal. Ich kann ja gleich viel besser sehen hier. Da war das mit der. Ne. Hier war das mit der. Hä? Wo müssen wir denn hier hin? Verdammt nochmal. Hier war doch nichts weiter. Oder bin ich blind? Ne. Hm. Hm. Gehen wir nochmal zurück. Wir gehen. Äh. Was? Kein Weg zurück. Das ist nicht gut. Scheiße. Aber wir können da doch jetzt nicht durch. Da sterben wir doch wieder. Ich will hier längs. Ist nicht hier längs. Schweine hier. Ah. Fuck ey. Ich glaube wir müssen hier längs. Das Problem ist aber echt. Hä? Ja. Hier ist nichts. Scheiße. Irgendwas höre ich immer im Hintergrund. Oh dieses Gewitter. Das ist auch nicht schön. Scheiße. Sobald wir jetzt hier hin gehen. Ist das da jetzt gleich zu? Da. Zack. Scheiße ey. Hier tippe ich mal ins die Mitte. Kann ich hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas? Irgendwas. Ja. Oh. Oh. WTF. Okay Haben wir sowas richtig gemacht Okay Jetzt die Frage Gehe ich hier richtig So hier geht es noch weiter Oh hier ist wieder so eine scheiß Statue Könnt ihr euch an Passing Pinewood Drive erinnern? Ja da war auch so eine Statue Hier längs oder was? Nein hier ist falsch Ähm Gott ich laufe hier gerade als ob ich getrunken hätte Diese Batterie gibt auch wieder den Geist auf Gehe ich mal hier längs Okay Ich weiß jetzt auch nicht ob ich hier richtig laufe Keine Ahnung Hm Gehe ich nochmal hier längs Okay Wie sieht es denn hier aus? Äh hier ist gar nichts weiter Hm Muss nochmal eine neue Batterie nehmen Gehe ich mal hier längs Äh okay Hier sind wir glaube ich richtig Hier sind Kürbisse Riesige Kürbisse Hier ist nichts weiter Warum ist hier jetzt so ein Tor Äh So ein Raum Mit Kürbissen Warum? Warum ist das so? Hm Ja Oh ich dachte jetzt da steht etwas Oh Guck mal hier Mit Falle Druckplatte Das wäre aber fies Wenn man da jetzt hops gehen würde So Gehe ich mal hier links Also offensichtlich gehen wir hier richtig Also Ich höre manchmal irgendwas aber Gehe ich mal hier links Da ist nichts weiter Oh scheiße Ah 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 Oh Oh fuck it man Ihr Penner Man Da ist auch nichts weiter Ah das hat mir gerade einen kleinen Schrecken Aber ich mag ja ohnehin schon kein Ne Spinnen Wie soll ich da jetzt durchkommen Da ist eine Druckplatte Da auch Oh hier muss man vorsichtig Was ist das jetzt für ein Ton Da ist nichts weiter Äh Okay Okay Hier geht es auch noch rein Äh Okay Boah Das ist ja das Was ist das für ein komischer Ton jetzt Oh je Oh je Oh je Wie ist gerade im Kreis gelaufen Sieht aus Als ob ich im Kreis gelaufen wäre Meine Batterie geht wieder in Geist auf Da ist noch mehr Spinnengewebe Hier war ich noch nicht Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht ob wir hier richtig sind Hm Ist aber nirgendwo was Scheiße Wo müssen wir denn hier hin Hm Ich bin gerade so ein bisschen befragt Ich muss auch immer aufpassen Wegen Wie ich mal geradeaus weiter Dass ich ja nicht irgendwelche Fallen tapp Wollen wir das jetzt hier alles nochmal Soll ich ja richtig die Kratze kriegen Aber ich sehe langsam nichts mehr Und was ist denn das jetzt für ein Ton Okay Hm Oh ich dachte das war jetzt eine Falle Dachte ich Gehen wir jetzt mal außen rum Oh Stand da hinten irgendwas Ich gehe hier einfach mal weiter Hier längs Vielleicht nö Da längs auch nicht Hm Da ist nichts Da waren wir noch nicht Da können wir auch längs Achso Hier ist aber nichts weiter Außer Batterien Batterien sind gut Aha So eine Statue Okay Ist hier noch irgendwas Ach hier geht es auch noch weiter Ne ist aber nichts weiter Okay Hm Überall spinnen Also das mit den Spinnen Das war fies Muss ich ja mal ehrlich sein Da habe ich jetzt auch so schnell nicht mit gerechnet Hm Hier längs Bin ich jetzt hier richtig Sieht ja auch alles so gleich aus Mann So hier Hier ist wieder Spinnengewebe Äh Hier geht es auch noch weiter Wollen wir mal wenn ich jetzt da durchgebe Da geht es so längs Okay Ohohohohohohogo Das war fies Man hat so schnell nicht mit gering Mit Hm Hier ist auch nichts weiter Ach du Scheiße WTF? Das ist eine Falle? Äh. Hallo? Sieht ja auch nicht nett aus. Dann gehe ich einfach mal zurück. Aber wir sind anscheinend richtig. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Hier geht es auch noch weiter. Und was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas? Hm. Ein Ausgang vielleicht? Ne, wir kommen nur da hinten längs, ne? Können wir da mal weitergehen. Äh, da kamen wir her. Dann gehen wir jetzt hier längs. Genau, hier geht der Gang nämlich weiter. Da ist nichts. Dann gehen wir, hier ist wieder eine Falle. Und ich muss eine Batterie mal kurz nehmen. So. Na, sind wir auch schon wieder bei 18. Oh, hier ist noch eine Falle. So. Ja, sieht doch schon ganz okay aus. Es wäre schön, wenn es mal wieder heller werden würde. Ohne Scheiß jetzt mal. Das auch nichts. Nichts. Gerade wird es wieder ein... Oh, Scheiße. Äh, zum Glück habe ich dich gesehen vorher. Okay. Aber wir sind hier definitiv richtig. Ich würde aber trotzdem sagen, wir beenden hier erstmal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie ihr seht, wir schauen wir nächstes Mal wieder ein. Und ciao.